Musik Tief im sagenumwobenen Appenzell sind wir auf ein fast vergessenes Geheimnis gestoßen, das Schönheit und Lebensenergie in sich hütet. Die Schönheitsweisheiten aus früheren Zeiten haben auch heute noch ihre Berechtigung. Früher schon hat Kleopatra in Molke ihrer Schönheit geschmeichelt. Heute wissen wir warum. Albert Koch hat es als erster bewiesen. In der Molke der Ziegenmilch ist natürliches Koenzym Q10 enthalten. So viel sei verraten, das Geheimnis liegt in der Vielfalt der Gräser, Kräuter und Kleearten der einzigartigen Appenzeller Saftwiesen. Natürlich veredelt von der Appenzeller Ziege. Musik Studien bestätigen die zellschützende und zellerneuernde Wirkung der Ziegenmolke, die neben dem Q-Enzym Q10 reich an Vitaminen ist. Angereichert mit Mineralstoffen und Feuchtigkeitsträgern. Perfekt für Ihre Hautpflege. Musik Optimal aktiviert werden die Wirkstoffe aus der Molke mit Wasser der Appenzeller Jakobusquelle. Seit Alters her ist die Jakobusquelle unterhalb des Kronberg-Gipfels für ihre heilende und energetische Wirkung bekannt. Musik So hat ein findiger Appenzeller das alte Wissen seiner Heimat mit den zwei Hauptingredienzien zusammengeführt, um ein einzigartiges Pflegeprodukt zu entwickeln. Musik Jakobuswasser mit Appenzeller Gäsmolke. Das wirkliche Geheimnis von Lady Bell können wir Ihnen nicht verraten, aber spüren und sehen können Sie es. Musik ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020